Tag auch und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Das ist die Lara, ich bin der Player 1 und wir stehen hier in der Halle der Sonnenkönigin. Und die möchte ihre Seele in unserer Freundin Sam sehen und wir wollen das nicht. Deswegen gucken wir jetzt mal, was wir da tun können. Ich hoffe, es gibt viele Quicktime-Events oder Schießereien. Na, zumindest ist es hier mal ruhig. Klingling. Wölfe wären auch nicht schlecht. Die hatten wir auch schon lange nicht mehr. Komm, brech auf. Danke schön. Ich hoffe, die werden nicht lebendig. Okay, kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist Schnelle-Reise nicht mehr möglich. Gucken, ob ich meine Ausrüstung noch ein bisschen pimpen kann. Und zwar die Pump Gun. Erhöht die Schussfrequenz. Das finde ich gut. Gepolsterter Griff. Ja. Oh, da fehlt mir echt nur noch so wenig. Kann ich nicht noch ein bisschen Bergungsgut finden hier? Nö, na egal. Da müssen wir jetzt durch. Was nicht ist, das ist nicht. Ja, schauen wir mal, wie lange das wird. Zurück gibt es ja keins mehr. Ich gehe also von einer fetten Schießerei aus. Oder Kämpfe rein. Ich hoffe, wir finden dann noch Stellen zum Pause machen. Im Zweifelsfall wird auch schwarz geblendet und wieder zurück, wenn es zu lange keine Möglichkeit zum Speichern gibt. Das ist halt das Einzige, was ich machen kann. Ich will dann ja auch kein 30-Minuten-Video planen. Nein, nein, bitte! Laura! Warum tun sie das, Matthias? Denkst du wirklich, du bist hier die Heldin, Lara? Bei mir ging es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus gleichem Grund genommen? Hier gibt es keine Helden. Nur Überlebende. Himiko ist sehr gefährlich, Matthias. Sie ist zormig und rachsüchtig und sie hat große Macht. Eine Sterbliche für eine Königin. Ein guter Preis für die Freiheit, die ich finde. Okay. Das heißt, ich soll da lang. Okay, Adam. Toll. Ich habe ja viele gebraucht. Hm, Mann. Ja, ich gehe nochmal da oben hin. Gucken wir mal. Irgendwo muss ich da eigentliche. Vielleicht sollten wir auch einfach nur hier raus. Ich glaube nicht. So. Von der Drücke kommen wir nicht weiter. Vielleicht schon gesagt, wenn wir schon kommen, komme ich hier irgendwie hoch? Vielleicht kann ich hier abklettern? Okay. So ist es okay. Sehr schön. Was soll ich zu kaputt machen? Probieren wir es doch mal. Das klingt aus, wenn ich nach hier ziehe? Ja. Weiß man nicht. Das klingt aus. Eigentlich muss ich ja nur ein Stück hier rüber bekommen. Okay. Dann kriegen wir Tore irgendwie auf. Dann geht es ja auch wie sonst weiter. Okay. Okay. Ja, das fährt einfach. Wesen. Geht das an die Glocke? Ist ja interessant. Okay, das geht. Gut. Ich weiß. Okay. Nice. die mag mich endlich ich glaube die hat vorher auch nicht wirklich nicht gemocht das machen wir nicht noch mal ich glaube die hatte einfach nur die Tochter, sagen wir es mal so tja aber das ist ja jetzt, das ist ja jetzt dämlich eigentlich ach so der sagt mir auch ich soll hier lang und dann da lang nicht also dieses compilation video wo ich Lara töte wird echt groß ja gut der zeigt immer in die ist egal wo ich mich hin drehe lauf mal sagt der dann gucken wir noch mal hier lang macht keinen Sinn heißt runter macht eigentlich auch keinen Sinn da hinten ist es zusammengebrochen vielleicht kann ich mich da unten dran festhalten man muss nur wissen was man machen muss sehr gut Puzzle leck mich am Arsch da liegt beider die Lara schon wieder gekillt oh ah ich muss zweimal springen natürlich ah hier kann ich hochklettern so 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 okay okay ja wie wir dann hier weitermachen sehen wir in der nächsten Folge so ich bin euer player 1 man sieht sich bei sch